Guten Morgen, Schweiz, Sendys, Schafberg. Fahre ich mit dem Rad auf Gamblüt und dann auf die Alptesl. Geht es erst noch einmal bergab auf die andere Seite und dann wieder hoch. Drei Hütten an der Wegkreuzung, 1300 Meter, muss aber auf über 1400 hoch. Ja, und dann gehen wir mal auf Gamblüt. Na, du Esel, was bockst du? Der Propeller sieht aus wie eine von der DC9. Ja, gut, gehen wir weiter. Da gehen wir hoch an der glatten Wand. Mein Liebermann. Mit Turbo natürlich. Alvia-Gruppe vor der Nase. Und die Kurfürchten. Ne? Und hier geht es dann Richtung Alptesl. Tesel. So, da unten ist die Alptesl. Da habe ich meinen elektrisierten Esel angebunden. Der kann ja da nicht hoch. So, ich bin jetzt auf dem Serbentinenweg. Da bin ich ja schon öfters hoch geflitzt. Ne geflitzt, gebrochen, geschlichen oder so ähnlich. Upsa. Kondition natürlich. Oje, oje. Oje, oje. Über mir, vor mir, der Moor und die Girnspitze. Bin ich dann gleich auf der Greihalp. Der blaue Eisenhut mit Panorama. Der alte Mann. Und die Berge. Jetzt bin ich dann auf der Greihalp. Da geht es noch fast eine Stunde für mich, bis ich oben bin. Schön seid ihr. Da haben sie vor dem Moor und dem Girnspitze eine neue Alphütte hingestellt. Greihalp. Von oben. Oh, der Blick reicht jetzt bis zum Tödi da hinten. Der weiße. Zwingli Passhütte mit dem Altmann. Das ist das Standardbild. Da hinten der Tödi. Der Tödi. Soll ich mir da etwas Zeit nehmen? Der Tödi steht da, oder? Das machen wir. Da bleiben wir mal ein bisschen sitzen. Wo ist dich? Der kann ich weg. Ah? Schon da? Ja. Aber es heißt schon. Ja, klar. Da. Ja. Noch mal. Vogelbär auf der Zwingli-Passhütte, die Leute vergiften. Nein, du hast gesagt, die kommen mit dem Dieren, die kommen zu. Nein, die kommen nicht mit dem Dieren. Die kommen separat. Ich habe doch gesagt, ich komme mit dem E-Bike darauf. Ein Neubeer, der ist so gut. Ja, dann nehmen wir einen Steinbock. Also du hast gerne ein paar Zellen, oder? Da gibt es noch ein schönes Buch. Bilderbuch von der Hütte-Renovierung und Neubau. Das kann man da angucken, hier in der Hütte. Einwandfrei. Du kannst auch hier auf uns warten, oder du läufst allein runter. Mensee Muck, nennt man das, oder? Schönes Buch. Da gönne ich mir noch ein Quölfrisch. Ein Appenzeller Quölfrisch. So, jetzt geht es wieder ab. Der Berg. Der Berg. Ups. Grüezi. Grüezi. Haben Sie eine Flasche Betzinger dabei? Jetzt bin ich fertig. Aha. Wer ist das, Robert? Keine Flasche dabei. Wer ist das? Sofort umdrehen. Sind Sie der Herr Schwarz? Nein, ich war ein alter Kollege von ihm. Deswegen. Ich habe denen nicht begegnet. Ja, aber so laufen noch mehr rauf. Na ja, ich habe denen jetzt vorgegrüezi. Du hörst schon am Slang. Betzinger. Betzinger. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Betzinger mitgenommen. Grüezi wohl. Grüezi. Ja, nicht faul rum sitzen, weiter laufen. Das ist nicht gut. Für die Kondition. Ein paar Kühe. Man hört ja die Glocken läuten. Desselalp. Am Nachmittag. Und ganz hinten kann man die Mythen sehen. Mein elektrifizierter Lastesel hat auf mich gewartet. Gehen wir wieder nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Alles mit. Bis zum nächsten Mal wurde. Oder jetzt?